es geht weiter weiter geht liebe kollegas wie schießt der blauen alles ab wenn wir hier sind immer blaue Pfeiler aber ich weiß nicht, ach so, da sind die von den Dingern einmal bitte hier gut hier ist Geld ja alles kaputt macht mein lieber ja genau hier unten gibt es hier auch noch was hier haben wir doch auch schon 380 mal hier können wir dann Jedi benutzen wir müssen ja sowieso diese Wasseranlagen anschalten weil danach kommt ja so ein Hangar den werden wir später dringend brauchen gut 2 von 3 von den Viechern ne wir müssen weiter ja definitiv dieses Level hasse ich auch insbesondere weil es so verwirrend ist weil die Minikits so kacke auf jeder Plattform gibt es 180 oder was nicht mehr hier gibt es definitiv nichts mehr wohl da hinten ist noch eine Kiste vielleicht sagen wir mal drin ein bisschen ein bisschen da warst du ja komm komm ja jetzt gut gut mal hier zeigt er noch irgendwas an nein hier kann es nicht sein gut gut hier auch nicht boah dieses ganze Abgesuche hinterm Raumschiff gut gut dann machen wir zu mir aufmachen das haben wir schon aber das Ding müssen wir sowieso wegschieben denn das ist sehr wichtig für uns genau ja komm ja ja oder der der kann hochspringen ja 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 nein noch nicht hinten gibt es noch irgendeinen Minikit dieser Plattform dieser Plattform gibt es noch irgendwas äh seid ihr sicher dass hier oben nur irgendwas ist ah eine fette Kiste da ist sicherlich auch so ein Sondendroid oder was weiß ich eh nie was hier ah ne ein Bauset gut aufs oh ja bau auf oh da ist ein Minikit häng dich dran mein Junge hallo 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 ho okay hallo gegen das ist ernsthaft das ist nicht lustig Hallo Ah Okay, Hammer Das ist doch schon mal etwas Okay Was ist das denn? Was ist das denn? Na, bauen wir auf Ah, das ist hier so eine fette Kiste, da könnte so ein 4 von 5 Ohne 5 von 5 gehe ich hier nicht weg Das sage ich euch Ich muss da erst wieder hoch hüpfen, weil das verpackt ist Rein Irgendwo hier Ja Gut Hä, da unten auch Ja Der Ohr Ganz oben links Ganz oben links Aber warum 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 Bin ich so dumm Und die Folge ist vorbei Mehr hat Spaß gemacht zum nächsten Mal Und die Folge ist vorbei, mehr hat Spaß gemacht zum nächsten Mal Ich bin ein